Ah Leute, also geht's weiter hier unten! Oh nein! Oh nein! Ich hab das schon überlegt, ob ich mich hier einfach mal zu Lava bilden soll. Einfach nur... Gottverdammte Scheiße! Kohle könntest du mir mehr gebrauchen. Was könntest du gebrauchen? Kohle? Kohle? Was mit Kohlen? Kohlen gefressen. Ich Idiote, ich hab gar keinen Eimer dabei. Da ist noch... Oso, oder was? Wo lachen du noch? Wodka, Wodka, Wodka! Jetzt! Jetzt! Ich hab zu viel Scheiß dabei, ich kann nichts mehr einsammeln! Nur noch Erde? Warum kommt hier Erde? Was an der Scheiß? Ey Zombies! Verpisst euch! Ich hab Grundstein gefunden, super! Bist du eindeutig... Groundstone? Ne, bist du genau richtig? Ich hab mich in meiner eigenen Bude verlaufen... Na, fuck! Wo bin ich jetzt? Du hast dich in deinem eigenen Bude verlaufen? Ja, also in meinem Hüllensystem... Nein, in meinem Moria hier, im Hüllensystem... Ich hab schon ein bisschen verranzt... Ach, fuck! Hilfe! Wo kommen die ganzen Zombies her? Weg, 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 weg! Die hätten mir halt auch vielleicht ein paar Fakten sitzen sollen! Die, Bitch! Wir halt ständig verreckt! Ach komm, noch ein Tull! Euer Ernst! Was hab ich denn nicht fabriziert, ey? Alter, ich hab zu viel Wii gespielt! Ich wollt grad M für die Map drücken! Oh Gott! Nenn mich Manu! Na ja... Solange du nicht, äh... Ähm... Anfängst die, 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 die Zahlen-Tasten zu drücken, damit du dir die Viecher angreifst... Warum heilt er sich nicht?! Oh mein Gott, du Bauer! Pfff! Ah! 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 Da kam grad das komische Höhlen-Geräusch, wenn ich irgendwo hinziele! Hier ist ne Höhle in der Nähe! Back darf ich ja nicht benutzen! Nein! Kotz! Dir ist einfach zufällig, du musst ihm die Admin-Rechte wieder wegnehmen, das geht nicht! Ich, ich, ich benutze sie ja nicht! Ich hab noch nicht mal ein Home-Port gesetzt! Darfst sie nicht benutzen müssen! Ja, mach ich ja nicht! Was, was, was?! LOL FTV? LOL Blizzard? Ich wüsste jetzt gerne mal, ob die blöde Lava ist! Ich hör's aber... Ich lösück doch weniger, wo das scheiß Tunnel ist, den ich freigemat lodge. Ich hab den Weg wieder gefunden! Und wo ist mein Zeug...? Ja, da ist mein Zeug! Und die ganze Erfahrung mit Dir. Eigentlich müsste mein Manu einfach nur hinterherlaufen dann, wenn da steht alles einsacken und zu sagen, ey ich hab keine Ahnung. Ach, Schmoch. Ja, du willst es ja, dass die Zombies jetzt das Neues die Scheiße auch einsammeln, gell? Und sich damit ausrüsten Was? Ihr merkt, das hab ich letztens bei in einem anderen Let's Play Video von einer gewissen Gruppe gesehen, Zombies nehmen jetzt auch Rüstung und so einen Kack auf. Und da ist der eine gestorben, sein Zeug lag da, dann geht der Zombie drüber und hat die Rüstung angehabt Das ist nicht schlecht Ja, noch mehr Gold Ach, weswegen ich eigentlich hier war Nicht wegen dem Eisen Und noch mehr Redstone Mit Platz hab ich noch in einem Inventor, ja, Steine Diamanten, meine Freunde Kann ich Redstone nicht mehr aufnehmen? Hm, schwul Kauf dir welche Easy Lava Ja, Lava hätte ich auch gerne mal Ich hab vor dem Kackberg ausgesucht Die Die grünen Steinschen, die bringen ja nix, ne? Die sind da Und handeln da Ja Was hier? Kohleada ausgeschöpft hier Die wird auch nicht Ja, genau Ja Was ist das da hinten? Lapislazuli oder was? Manche Sachen kann ich auch irgendwie nicht klassifizieren War das nicht sogar Eisen? Jawoll, das Eisen ist kein Gold Oh, das da oben ist aber Gold Finde ich aber irgendwie ein bisschen strange, dass Gold weniger wert ist wie Eisen hier Also vom reinen, vom reinen Dings-Craft-technischen Grund her Hätte ich jetzt einen Wassereimer, dann könnte ich hier schön obsidian machen Das denk ich mir auch gerade die ganze Zeit Ich hab meinen Eimer oben verlassen Gelassen Ja, ne Deto Ach ne, Schwarzbrüder brauche ich noch Für Menschen, die ne mit nachher Brauchst du noch, wenn du, äh, man muss Hütchen in die Luft jagst Ja, ich brauche Obsidian, ich muss mir nötig auf Tal machen Whetstone, Achtung, ich weiß nur, weil du willst nur abbauchen, mir fällt die Lava auf den Kopf Man muss den Witcher, äh, Dings, ne? Beschwören Den Wizard Ja, den Witcher Den Witcher beschwert haben wir eh alles verloren Ja, den hält sich dann auf dein Haus Ey, da freu, ich freu mich ja schon so auf das Game, Alter Oh Gott, das war ja ein einziger Orgasmus bei der, äh, auf der Gamescom, Alter, bei den Polen Ja, wie ihr hier seht, das ist, äh, Pre-Alpha-Grafik Ja, was? Scheiße, ja, also, keine Angst, die Grafik wird noch besser, das ist die Pre-Alpha Ich so, bitte was, Alter, das ist ja jetzt schon besser wie einige Spiele, wo ich kenn Ja, einige Spiele, ne, Pfeile Weißt, wir dachten so, oh, voll die geile Grafik, gell, fürs Endgame und sowas Und dann nennst du das die Pre-Alpha, ich so, bitte was? Was willst du da noch besser machen? Habt ihr wieder zu, habt ihr wieder zu viel, äh, Wodka gesoffen, oder wat? Leute, oder, oder das ganze Spiel ist mit, äh, Ja, während der Entwicklung, deswegen wird die Grafik noch besser Ja, die, äh, ich fand schade, dass es bei den Polen kein, äh, polnisches Bier gab, die hatten ja nur Heineken Mal gewünscht, ein polnisches, gutes, keine Ahnung, was die haben, Bier Ähnliches Getränk zu trinken Das, und, wie heißt das, ist Linowicz oder wie das Ding heißt da, oder, äh, Wodka gesoff von denen? Das Schlimmovitz Ja Das ist, ähm... Das ist Jogo Jogo Ja Das ist schlimm, das Zeug, ey Burten, Türken, Jogos und Albaner Alter Ziemlich schlimm Mein Hals ist immer ohne Witz Ja, dieses, dieses Schlimmovitz Zeug, hat mir mal ein Kumpel irgendwie aus seinem Urlaub mitgebracht Der hat da Familie und... Oh je, selbst gebranntes Oh ja, ja, ja Das ist was blind macht Das ist was blind macht Ey, das ist so heftig Ne, vor allem, das ist ja direkt da Ach, da drin Benzin war, weißt du das? Das ist heute Geheimzutat Ach, fuck, wir bin nicht in die Ziele hingek... Ah, okay, ne, halt Verdammt Ich wollte hier doch gar nicht hin Leute, schau mir mal bitte in die Kommentare, auf welcher Höhe ich hier Diamanten finde So Also ich tue mich einfach jetzt in die Ecke setzen und weine Bis du dich überlaufen kommst Zwischen 8 und 12 oder 8 und 11, ne? Ich bin hier auf Höhe 11 Ach, guck mal, noch ein Tunnel von mir Also ich bin auf Höhe 32 und ich find alles andere Was nicht, mitunter nicht schlimm ist, muss ich sagen Ja, ich find ja auch alles, aber ich brauch Dias Bin ich in die Ziele hingekommen? Ich muss mir doch hier so einen Verzaubertisch bauen Das gibt das nicht Was musst du denn alles für machen? Ähm, brauchst du Obsidian und einen Dias Ne, zwei brauchst du, oder? Ein bisschen Strichern hilft auch immer Einen links, einen rechts Anschaffen, so wie Josh das immer macht Ja, du, sowas ist billig Oh, mein Inventar ist gleich voll Mein ist schon voll, ich muss mich mal entscheiden, was ich rauswerfen will Äh, ich mach jetzt, ich nehm jetzt so ein paar Steine mit und dann Ja, ich stehe auch nichts wieder aus der Hölle raus Oh nein, ich bin in ein Loch gefallen Was geht dir wieder für ne creepy Scheiße ab? Warum bin ich eigentlich der einzigste, der immer stirbt? Könnt ihr nicht auch mal sterben, irgendwie? Ne, war nicht der Plan, aber nach der Musikgrad geh ich mal fix mein Zeug wegbringen Bevor ich noch irgendwie vom Slenderman geholt werde Also der Enchantment Table ist für mich nix Da musst du Level 30 für sein So weit komm ich nicht Ja eben, du schaffst ja allerhöchstens Level 3 oder so Wenn er gut ist Wenn er gut ist Wenn er drauf hat Ach, da ist schon wieder ne Kippe durchgeladen, ne? Will auch Na, du musst dir kaufen gehen, Mensch Es hilft ja nix, sich darüber zu beschweren Geh einfach holen Ich bin mir in hoffen, dass irgendeine Fee auftaucht Mit einer Schachtelkippen hin Die Zigarettenfee Die Kutilfee Da musst du dir ne alte anlachen Ich hatte schon lange keinen Sklaven mehr zu Hause Boah Ja, weißt du, zum Züchtigen Was hab ich hier? Ah, das ist echt Gold, cool Ich lass mich halt nicht so Oh, ich hab schon voll gefreit Auf Diamanten ist nur so ein schwules Maragd, ey Schlimm Oh, was ist mein Nier? Also, was kann ich denn jetzt eigentlich Tolles aus dem Gold machen, außer Ähm Goldsachen Nein, das ist nett Oh Blizzard Ja, Goldschienen höchstens, oder? Ja, stimmt Ah, nee, du brauchst die Nuggets für die Tränke, genau Ach, das ist gut zu wissen Ich hab nie Tränke gemacht in dem Spiel Nee, du brauchst das gar nicht zu wissen, wie das geht Weil du machst nur Blödsinn damit Nee, ich spiel so einen Unsichtbarkeitsdrank Ja, genau deswegen Ich sag dir, Blödsinn Und so einen Instant-Tot-Trank Instant-Tot-Trank? Ja, ich hab letztes, äh, als ich im Kreativmodus ein bisschen rumgespielt hab, äh, hab ich so einen grünen, äh, roten Trank geworfen Dann waren die alle Instant-Tot, als ich den getroffen hat Eingeschlagen wie ne Bombe Ich muss doch mehr kisten Wo ist meine Schauser? Hab ich eben Dias gesehen? Waren das Diamanten? Hm, nein, es war... Oh Gott, ich bin schon... Bin ich denn jetzt hier angekommen? Das kann doch mal gar nicht sein Scheiss-Trek Kleiner Tipp, äh, so Hab ich von meinem Bruder gehört So Kiesblasen oder Erdblasen in der Erde immer komplett abbauen Weil an den Rändern birgen immer andere, seltenere Rohstoffe Achso Ja, gut zu wissen. Ja, der Geist muss sterben. Was ist so viel? Das hat gerade aufhundert zu fallen, ey. Da hat mich gerade senkrecht in die Erde. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich würde eine Treppe machen. Ne, habe ich ja gerade eben auch gemacht. Einfach runter. Ach, ich hole mir noch. Eins, zwei. Ich bin schon wieder an den Tunnel von mir angekommen. Das gibt's doch nicht. Juhu, eine Chest, Goldbahn, Brot. Oh, ein Sattel. Das ist ein Sattel? Penner, ey. Ich will auch im Sattel. Ey, wie gesagt, wir verfolgen einfach, bis er irgendwann wieder stirbt. Daut in, nicht lang. 100 Minuten gäbe ich mir höchstens. Ja, dauert in. Ist gleich wieder so weit. Ah, er hat recht gehabt. In der Nähe von dem ganzen Scheißkies war jetzt voll viel Eisen. Ja. So ist es zwar auch nicht, aber Eisen ist nie verkehrt. Kann man sich ein paar Rüstung draus machen. Ja, Eisen ist immer gut. Oh ja, Rüstung muss... Vor allen Dingen Waffen. Wenn ich sterbe, verliere ich die nur. Nee, verliere ich sie eh wieder. Ja, dann bleibe ich lieber nackt und, äh, ja. So wenig wie möglich Zeug, ne? Äh, was wollte ich? Noch ein bisschen Netze. Ich wollte mir nen Eimer bauen. Ja, muss so ein bisschen mehr Wasser holen. Bringen, holen. Dürfen, tun. Ach, ich hab doch noch kein Dings mehr. Da musst du rein, Herrmann! Spass, ich sehe... Das Geräusch macht. Ja, und wenn sie dann schön... Oh ja, es ist es. Oh, das ist ja peinlich. Ja, das ist ja peinlich, genau. Das sind die Dinge im Mund. Hilfe, ich bin wieder irgendwo untergefallen. Aber bis zum Anschlag in den Mund zu nehmen, das ist nicht peinlich. Seid mir net böse, das ist net normal. Ich hab Experimente gemacht. Zwoer, dreier, vierer, fünfer und was er alles wollte. Zwoer, zwoer, ja? Warum hast du denn schon wieder gemacht, du Latten? Der Creeper ist bei mir gestorben. Der Creeper ist bei dir gestorben, wisst ihr das nicht? Was nicht umgekehrt war? Ja, er ist erst gestorben, also das möchte ich schon mal festgehalten haben. Da gibt's so geile Comics, man muss ja dann zeigen, dass in Wirklichkeit weh die Bösen sind, wenn die Creeper nur so ein Gen-Defekt haben, dass er, wenn sie Angst haben und sich erschrecken kann. Genau, wie das discreet der Creeper zu Hause losgeht von der Arbeit und so mit seinen Creeper-Kindern und sowas. Und dann läuft er los, da kommt halt dieser Minecraft-Mensch, mit denen halt töten, der dann so, Oh mein Gott, nein, dann die Kinder, oh, hat Mami, hat Pappen getötet und so scheiße. Bei den depressiven Storys, aber wenn die Creeper gute, keine Ahnung, gute Figuren werden, die sind das Böse. Nein, sind sie nicht. Die sind gut. Mhm. Ja, so wie die Rebellen gut sind in Star Wars, ist klar. Mhm. Nee, das Imperium ist das Gute. Ja, sag ich, ja, meine ich ja. Die Rebellen sind die Bösen. Sie sind Rebellen. Genau, trötet sie alle. Hallo, Rebellen. Wie wenden, außerdem wenden sie sich gegen die Sturmtruppler. Dormtruppler. Wieso bin ich nicht gleich übers Wasser gegangen? Weil ich Jesu, weil ich vorher nicht Jesu war, genau. Mach mal einfach so ein Jesu-Skin, kannst du über Wasser laufen. Oh, das wär's, wenn die Skins so Spesselfähigkeiten hätten. Oh, da ist ja die Lava. Ja, ich hör nur Whetstone. Oh, das wär die Scheißmusik jetzt hier so hart laut, ey. Und ich kann die nicht auf, indem ich mir schon zu viel davon eingesagt habe. Ja, geile Scheiße. Hat jetzt einer von euch schon eine Diamantspitzhacke? Äh. Ne. Nein. Wo sind meine anderen Materialien? Oh, die sind bestimmt in der Lava verbrannt. Weil angenommen, ich hätte eine. Ja. Ja. Ja.